Jawoll, der erste Schuss. Komm mal her. Oh, jetzt aber. Hey, nicht mehr Steckel. Oh, das ist spitzig. Also, das ist spitzig. Das war's. Das war's. Das tut doch. Komm hoch, komm hoch, komm hoch. Oh, da haben Munition alle. Was machst du da? Ach so. Oh, ein Loch. So, komm mal her, du. Hm. Gut, da variieren wir gleich. Wollen wir mal schauen, ob welche kommen. Ach, saubere Punktlandung. Okay, vorne ist gut. In der Nähe der Base kann ich nurfalls gleich spawnen, wenn ich doch sterben sollte. Was ich aber eigentlich nicht glaube. Oder ich einfach mal hoffe. Okay. 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 Ich sag's grad noch. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wer war das, welcher Name? Ja, keine Ahnung. Ich hab ja überhaupt so Bock auf ein Online-Rate haben. Hab ich noch gelesen. Sind da hinten noch, oder? Nee. Ich versuch's jetzt mal zu twiggern. Dann bin ich hier, lang gerannt, nachdem ich dann endlich mal spawnen durfte. Hab Tür aufgemacht, dann waren da die beiden und dann bin ich hier umgekippt und dann sind wir aber nicht gekommen. Zum Glück. Dann bin ich wieder aufgestanden. Ich weiß nicht, wer von den ganzen Leuten jetzt gewesen sein könnte. Hab ich bestimmt komplett gelootet, ne? Naja, nicht ganz. Ein bisschen Rüstung. Äh, sogar die gute Rüstung haben sie da lassen, die Idioten. So, völlig entspannt. Laufen wir dann mal zum AirDrop. Hm, entspannt ist richtig. Die Herrschaften vom Heli gerade eben haben sich übrigens nicht gemeldet, ne? Weil sie ja Angst haben. Ich hab ja angeboten, Online-Raid. Kann mir überhaupt nichts. Guck mal, die haben doch zugebaut da hinter uns. Oder ach, was weiß ich. Die kleinen Pussis. Wir rennen jetzt zum AirDrop in der Hoffnung, dass die, äh, auch da sind. Die dürfen mich auch gerne töten, damit ich dann die Namen lesen kann, wenigstens. Und ich bezahle auch dann demjenigen, der mir erzählt, wo die wohnen, natürlich auch, keine Ahnung, tausend Schrott oder was weiß ich. Wo ist denn der Kacki, die jetzt sind? Äh, AirDrop. Ach, da hinten, ganz hinten. Du siehst mich nicht. Wo bist du? Ich bin auf, äh, ich laufe jetzt auf J7. Achso. Ach da, ich sehe ihn wieder. Ich bin ein bisschen höher, I6. Okay. Können wir so eine Zange nehmen. Bitte seid da. Bitte seid da. Krönender Abschluss einer gut gelungenen Serie. Oh, der ist gleich unten. Los, lauf. Nutzen wir die Chance. Da, ich sehe sie. Ich sehe sie. Ja, ich sehe sie. Ja, lass laufen, lass laufen. Das sind sie, das sind sie hundertprozentig. Weiter laufen lassen. Wir müssen zur Not schauen, wo sie hinlaufen. Danke Gott. Gern geschehen. Vorne ist auch eine kleine Butze. Ich sehe sie wieder. Die Straße lang. Ah, ja, ich sehe sie. Und da ist die Butze, ne? Da rechts. Das ist wie ein Nebel. Laufen die in die rechte? Ne, die laufen die Straße entlang. Die Fässer gerade. Ne, laufen die Butze rein. Die erste oder zweite? Die erste. Also die mit dem Schild aus der Hand? Ja. Aber die sieht so kaputt aus. Holz Foundation. Die sind da unter. In der Base drinnen. Hier ist hohe Gras. Ich laufe gerade ein bisschen außen rum. Ich die von hinten erwische. Erwischen oder lieber warten und gucken, wo sie hinrennen? Dann warte ich gerade. Hast du sie im Blick? Hast du das hier? Alter, ist einer mit vorbeigelaufen. Wie blind ist der denn? Wo? An der Straße. Mit einem Bogen. Willst du dich verarschen? Ich sehe den Typen laufen. Ich bin dahinter. Er ist an der... Aber wo sind die anderen beiden? Alle beide vor mir. Alle beide vor mir. Der eine hat ordentliche Rüstung. Warte, du sneakst gerade. Ja. Links von der Straße. Da laufen sie. Ja. Ist die Base da vorne? Ey, sind die blind, Alter. Hast du geschossen? Nein, nein. Der. Er war das. Er hat auf irgendwas geschossen. Ich bin der Python. Die Ernsthaft so blöd, dass sie nicht mitbekommen, dass ich echt, echt hart eng an den dran laufe. Ja, guck mal, ich bin links auf dem freien Feld, ne? Sind die jetzt so drin im Dings hier im Bergbau-Außenposten. Bist du das hier vor mir? Ich bin hier. Springer. Okay. Kannst du dich sehen? Ich denke, beim Bergbau-Außenposten sind sie. Da hinten steht eine größere Base Richtung Felsen. Links, ne? Ja. Kannst du dich ja mal ärgern, erschrecken. Ich sehe sie nicht. Im Außenposten sind sie. Beste? Ja. Bin an der Curry gleich. Ich steppe mal ein bisschen lauter. Die laufen raus. Oder? Er ist drinnen. Er guckt. Ähm. Ja. Ich hüpfe oben drauf. Ich hüpfe oben drauf. Ich weiß, wo er ist. Ich weiß, wo er ist. Wo? Da ist doch so eine kleine Butze drinnen, wo man die Tür aufmacht. Ja. Und hinter der Butze in der Ecke sitzt er. Ja. Genau. Wunderbar. Und auf Kamera, Alter. Wo ist der zweite? Ja, schränkst tot. Die vorne liegt da. Achso. Alter, das ist voll. Acht Z-Schütz. Ball tut es. Schüsse? Ich glaube, die sind... Das sind die. Die wollen uns herlocken. Hinlocken, meine ich. Tüter noch nicht aufgehoben. Wer ist der? Bei Tutismus oder irgendwas. Was war das? Ist das kaputt gegangen? Ja. Hier, die Küste hier. Okay, das heißt, die sind oben beim Bergbau außenposten und dann bei E15. E15. Ich würde mal sagen, der kommt von E15. Bei so viel Staff würde ich jetzt auch nicht verlieren unbedingt, ne? Ja, dann... Da ist er! Ich sehe ihn! Happen! Da kommt noch einer! Da ist noch einer! Push! Vorne, direkt. Happen! Was er da nahe hat. Ja, ein scheiß Revolver. Das werden die, obwohl die nicht sein jetzt, oder was? Die mich da vorhin mit der Karte zerlegt haben. Pokémon heißt der. Ja, ja, wieder. Sind wir dieselben. Kamen da vorne aus der kleinen Butze, ne? Ich weiß es nicht. Wenn die so schnell da waren? Musst du einfach mal hinlaufen. Oder da ganz hinten bei der Großen, da hinten. Das ist oben ein Holz da, oder Stein? Stein. Gib mal Deckung, ich schwimme rüber. Danach gebe ich Deckung. So, jetzt. Die licht toter. Patzi. Oh, guck mal hier. Aktiver Garten. Ja, hier drinnen sind sie. Oh doch, ich ging wieder hoch. Das hast du uns aber verraten. Dann können wir auch laufen. Hallo? Ich bin drauf. Bin gleich wieder da. Ich hab acht Z-Schutz bei, ne? Oh, ich hab acht Z-Schutz bei. Bitte was? Was? German, English. Ja, ich spreche Englisch. Und du sprichst Englisch oder Englisch? Englisch, Englisch. Englisch, okay. Salafu, dein Part. Oben am Außenposten ist noch einer. May I come outside? Yeah, come out. Am Außenposten war einer. Ja, okay. Yeah, just. I want to warn you. There is a turret up ahead my door. So you might want to back. Yeah. Was? Was back? Hello. What's your name? I assure you I have nothing valid on me. Okay, 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 okay. It's okay. Your friend is up there where we killed you, right? Where we killed you, right? Yeah, but there are some little annoying kids over there, you know. Some squeezy boys. Pokemon and... Come on, if you want. I can show you guys. Wie heißt der? Er heißt... Etchig... Irgendwas. Weißt du was? Wir geben denen den ganzen Stuff. Yep. Ey, ich komme hier auch! Ey, dude! Dude! Wait! Dude! Come here! Yeah, yeah. Holy shit, that's nice of you. Oh my God. Holy shit. Holy fucking shit. This is one of the guys. Pokemon and this friend. Take it and bring it in your base. What was their names? What was their names? Odi and Salafur. Oh, damn. Thank you guys. Be safe. Take it in your base. Come on. What the fuck, Alter? Yeah, the stuff is from Pokemon, okay. I'm coming back, I'm coming back. Yes, okay, okay. Okay, dann kommen die von da hinten. Da hinten müssen die irgendwo herkommen. Von der großen Base oder was? Ey. Ja, aber lass grad warten. Ich hab nochmal noch vier Satchels, ne? Äh, acht Satchels. Ja. Oder ist es die Base hier vorne? Die dicke. Da ist die Tür offen. Ja! Ja! Da sind sie. Da war die Tür gerade aufgehangen. Das ist die Base. Wer wurde da oben? Ja, warte. Wir wissen das ja. Lass mal oben schauen. Ich bleib erstmal hier, warte auf ihn. Dann bauen wir uns die Raid-Butte hier hin. Und dann sind die tot. Ja, lass doch ihn gerade fragen, ob er uns ein bisschen Stein geben kann. Ja, naja, klar, natürlich, ja. Äh, Holz kann ich selbst farmen, hab ich ne gute dabei. Hat der mir jetzt mit der Double Barrel eingegeben, die kleine Ratte, Alter? Ja. Warte. 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 Ja, hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Es ist okay, okay. Okay, ich zeige dir, die kleine Pistole, also... Ja, die reine... Hier. Hier. In this body. Hey. Dude. Get into. Tag all the stuff. Äh, hier oben hat da jemand gerade rausgeschossen. Ja, hoffentlich. Die sind jetzt hier oben auch drin. Da ist wieder einer. Von unten? Ja. Hast du Sinn? Einer ist noch übrig. Was ist der Name? Äh, beide unten. Da unten rennt er. Holy shit, man. Hier oben hab ich nämlich noch einen. Kind. Why are you kidding me? Oh, you're dead. Yes. I know you're dead. Yes. You're a kid? You're a little kid? Oh my god. Maybe you can help me and... Yeah, I'll help you up. Wait. Yeah, I'll help you up. Wait. Wait. Have... Okay, I'm out. Have you, äh... You three or four guys? You, äh... Three. Two. This is my mate. This is a friend. Two. This is my mate. This is a friend. Oh, they are this, äh, I see the third guy. Das ist ein Kind, Alter. Will you mich verarschen? Prach ich mal, ob er den hier, die vorhin, äh, gecountert hat. Ach, glaub ich nicht, dass er das war. Ne, glaub ich auch nicht. What is your name, äh, just a second? Okay, all day, äh, after... Guys, can you just stay here for a second? Come with me, please. Why are you a friend to... What? Pass auf. Yeah, yeah, just a second. Yeah, yeah, just a second. Pass auf, ich versuche, den hier zu blenden. Stay here, stay here. Ich brauche Munition, ich habe nichts mehr. Who is it? Is it your friend? What? This is my friend. Yeah, my mate, my mate. This is my mate. Oh, yeah, okay, okay. Just a second. Yeah, come on soon, guys. Okay, you see this base down here, the guys who just killed? Yes. Okay, the thing is, ähm, they actually started me, uh, helped me when I started, but they became kind of fucking dicks, so they tried to kill me, they took all of my stuff ones, so yeah, I'm kind of made 20, I made 20 such a cha, look out, look out, look out, look out. Oh, Muni, hast du noch 5-5-6-er? What? I have... Me and my friend, yes, I have a friend, I'm just not in the base right now, he's like, I don't know where, in the map, we and my friend made 20 such a charge to break into their house, so, yeah. Ah, you're right, guys. Okay. Yeah, right now we have 20 such a charge, and we want to make some war, so, like, they do have guns. Also, wir sollen ihnen helfen. Ähm, wait a moment, please. Wollen wir ihnen helfen? Yeah, no problem. Gibt mir erstmal gefälligste Munition oder irgendwas, ne Waffe, ich hab nichts, außer ne blöde Shotgun, ne Revolver, ne lumpigen. Ja, mehr hab ich nicht. Also, er will, dass wir ihnen helfen, ja, sag mal wat, ich weiß das auch nicht. Wir haben eigentlich unser eigenes Ding vor, wir müssen uns eigenen Raid machen, ne? Ne, außer, nicht das, dann hat mir nachher uns... Naja, dann sag ihnen das mal mit den drei Appen, äh... Fuck off, pissig. Don't kill me, don't kill me. Äh, Python, Python. Python. And you friend, shut? Äh, ne Python. Ach, fuck, Revolver. Kannst du aber essen, alles. Er hat ne Python dabei gehabt. Aha, er hat ne Python? Na ja, die Python gleich. Hab ich nichts mal auch nicht gewaffnet. Ah, die Fresse. Ja. Wir brauchen jemanden, um zu klettern zu reden, weil sie wissen, wo meine Basis liegt. Ja, wir haben über die Basis gesagt. Ähm, you have to, you have to rate him alone, or them alone, because we won't get in trouble with the admin, Ähm, otherwise he is thinking, or maybe thinking, or maybe thinking, that we are a group of four guys, so, äh, we can't do that actually. Öuh. Yeah, ich ruhe ihn. Ich habe sie mit dem Team. Willst du mir sagen, dass sie sie aufhören und sie auch werden? Ich habe kein Wort verstanden. Was? Was? Repeat, bitte. Willst du mir sagen, dass sie sie aufhören und sie auch werden? Alles ok. Au, wer hat der Headshot gegeben? Wer denn? Wo denn? Ok, ich kenne meinen Freund. Er ist hier in der Basis. Ist das ok? Ja, das ist ein Freund. Ok. Da ist er. Ah! Das ist alles klappt, Alter. Also es kann sein, dass ich durch ein Raid davor, da oben noch Building Privilegien habe. Ok, also jetzt will er hier raiden mit seinem Kumpel oder was ist hier los? Ja, so in etwa. Ja, dann sollen er noch raiden. Ok, ich kann ihnen ihnen sagen, dass sie aufhören und sie auch machen. Sie kommen weg und sie können mit dir sprechen. Soll ich wach? Ich soll ihn gehen und mit ihm reden? Nein. 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 Es ist ok. Du kannst deine Raid machen und wir wollen dich verhören. Wir wollen dich verhören. Ja. Okay. Ich meine, ehrlich bin ich. Ich möchte sie wollen. Ja, dann geh und sie verhören. Wir wollen sie verhören. Wir wollen dich verhören. Wir können gehen, wenn wir wollen. Wir wollen sie verhören, wenn wir wollen. Wir wollen sie verhören. Wir wollen sie verhören. Oh ja, ich will sie. Attack! Charge! Go! Wir gehen jetzt. Ja, ich will sie sagen, dass ihr 3 und nicht 4 ist. Oh, nein. Es ist ok. Dude. Wir sind jetzt weg. Wir sind jetzt weg. Oh, ja. Das ist so. Du musst deine Raid alleine machen. Du musst deine Raid alleine machen. Das ist das. Das ist das. Oh, nein. Nein, nein. Das ist das. Ich habe nur Angst, dass du bist. Ich wollte nur sagen, dass du bist. Ich wollte nur sagen, dass du bist. Du bist alleine. Es ist ok. Es ist ok. Wir sind jetzt weg. Wir sind jetzt weg. Just ein second. Wir gehen jetzt weg. Wenn du willst, dann kommst du zu unserer Base. Um. Hallo. Ich wollte sie verhören. Ich wollte sie verhören. Ich wollte sie verhören, nicht schütteln. Hey, du hast sie mal? Wir wollen dich zuhause. Wo sind dein magisch? Ich nehme das. Das ist deinem. Das ist deinem. Das ist alles. Das ist deinem. Was ist mit seinem Essen? What? You kill me! Yes, you have a Python! You made... Oh, da ist... Das sind zwei Kinder! We don't give you your stuff back! It's now my and Odi's stuff! Blah, 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 we hate you too! Please, I... We don't... 6K sulfur! 6K sulfur! What? Never, never! 10? 10K? 10K? For what? For what? For what? For what? Ehm... Two double barrels! Two double barrels? You're me verarschen! You would like to trade... 6K sulfur! Two barrels... Two barrels... And one... This gun! What do you... Now... I... I... Bring the sulfur! Yeah! I don't believe that... I don't believe that... We can't... Now... Ehm... 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 One gun! One gun! Take! No! You bring the stuff! No! Okay! You not wanna... Okay! You not wanna... Okay! You not wanna... Oh! Look at that aim! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh! 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 Lass aber Sachen drin! Lass da Sachen drin! Lass da Sachen drin! I'm sorry! They're a little bit annoying! They're a little bit annoying! Fucking kids ey! I quite know that! I knowed them for 2 days! Oh! The right news team! Wollen wir denen auf die anderen Dinger gehen? Wollen wir denen auf die anderen Dinger gehen? Nein! 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 So! Mates! Ehm... Have fun! At the raid! See you! Okay! Just a second! Come to me first! Okay guys, guys! Jetzt verfolgen die mich hier! Hast du den wieder gesch... Headshot! Er ist direkt geschlossen! Geil! Das musst du auch ein bisschen leiser schneiden! Ja, mach ich denn! Wir sollen uns hier verfolgen hier! Raiden gehen! Raiden! Get Raiden! Da sind wir ja weg! Okay! Alter! Aber bei den oben habe ich Building! Gut! Also auf jeden Fall ist keiner von den beiden Gruppen glaube ich nicht! Sonst wären die Schlenks mit AK oder irgendwas hätte ich schon gemacht! Aber so glaube ich nicht! Mh-mh! Mal eben 8 Z-Schutz von denen kassiert! GG! Alter! Mh-mh! 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 Verdeibel! Mh-mh! Mh-mh! Rausschneiden! Mh-mh! 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 Mh-mh!